Bei einem Oger ist der ja ganz schön beindruckend. Der könnte die anderen Beine im Alleingang schlagen. Ich gefährd' ihm von Anführer. Ich, Chef. Das ist ein weiblicher Oger. Interessant. Gefährd' ihm von Anführer sollte trauern. Moors leise trauern. Slug for Chesky entscheidet was mit Bande. Wartet, wer die... Strahlende wollen mehr von uns holen, tötet sie. Strahlende, nein, ich gehöre nicht zum Kreuz zu. Weck mit euren Waffen, wenn die nicht abgestattet werden wollen. Ich bin nicht hier, um euch zu entführen. Ich werde euch töten, Oger. Nehmen wir die zwei. Versuchen wir mit blutrüstigen Ogern zu diskutieren. Vielleicht sollten wir lieber gleich zum Plan B übergehen. Ihr habt doch einen Plan B, nicht wahr? Ich möchte, dass ihr mir bestätigt, dass ihr einen Plan B habt. Macht sie alle. Wer hat die Erde Pupon mit Ogernblut? Also, die sieht aus wie ein Ogermarkus, also... Ich muss sie erst mal... Feel die Pupon! Feel die Pupon! Worum geht es diesmal? So... Okay... 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 Morgenstern plus zwei... Nichts Besonderes, also... Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ich komme für dich! Du brauchst... Ich werde mich im Handumdrehen, darum kümmern. Naja, sie wollten es unbedingt so. Lager der Ogermarkus, es waren auch noch Banditen. Au, und die Blutspur geht wirklich verdammt lang. Ach, wieder Displacer-Bists. Oder eine davon trägt sogar eine Seeners-Amulett. Auch gut Okay, Vikonia ist in eine der Fallen getappt Ist jetzt auch noch verlangt Ich verwechsel das übrigens irgendwie mal Okay, das ist die Nicht-Heidranktasche Und das ist die Heidranktasche, okay Murmeltier, okay Oh, hier geht's gar nicht weiter Okay, das heißt wir können unten rum und hier weiter schlüpfen So, dann soweit wir da unten sind Immer wieder ein Quicksafe machen Ihr seid schwer in Ordnung, gefällt mir vor allem bei Kindern von Mördergöttern Sehr nett, Nera Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up Nehmen wir dir eins Oh, denkt ihr wirklich? Sorry, ihr wisst, es ist nicht ihr Tut mir leid, ihr wisst doch, dass ich euch nicht damit meine Ich hatte gehofft, dass die Stimme in meinem Kopf euch nicht so beeinträchtigt Was ist mit der Stimme in meinem Kopf? Ich weiß, es ist für niemanden einfach, oder? Wie dem auch sei, das Gespräch ist vorbei Es ist für niemanden einfach, oder? Das ist es wirklich nicht Ich weiß noch, als die Stimme in meinem Kopf still war, still war, still war, als ich es ihr befahl Ich vermisse diese Stimme, besonders den Teil, wo sie einfach still ist Kapiert er das nicht, Adoy, meine Güte Oh, Spinne Okay, warum auch immer, wie Konya sich heute so viel beschwert Äh, Äthien? Ja, wie ihr wünscht Oh, wie der Äthiens Der feige Halbwelf, der einst mit euch reist, ist er seiner Frau immer noch ergeben? Wer? Kallit? Kallit, er mag in so manchen Hallen sehen sich, dein Teufel natürlicher Schwächling sein, aber er ist treu Ich stimme eure Einschätzung von ihm nicht zu, aber ja, er ist Jahira treu Wenn er seine Liebe für Jahira aufgeben würde, würde ihm nichts übrig bleiben Verwundert euch das? Es ist seltsam, in Kriegszeiten an Liebe zu denken Kann ich euch fragen, ob es jemanden gibt, der einen besonderen Platz in eurem Herzen einnimmt? Nun ehrlich gesagt, fühle ich mich zur Näherer hingezogen Nur euch, Viconia Nein, niemanden Soll ich mit Viconia anbandeln? Man würde eigentlich passen Idiot, ich bin nicht interessiert in eurem Herzen Idiot, ich bin nicht an eurem Herzen interessiert Ihr maßt euch zu viel an, Oberflächenbewohner Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Na, mein Herz möchte ich auch behalten, das brauche ich zum Blutpumpen Du bist ein Zyklop, kein Ucker Und ihr seid Kreuzritter, Wachen Okay, also Da werde ich erstmal noch nicht rein marschieren Vor allem nicht mit einem Zyklopen direkt vor der Tür Könnte sie natürlich umgehen Also ja, hier ist auf jeden Fall wahrscheinlich der Zugang zu diesem ganzen Mist Der Berglöwe wird sicherlich gleich aggressiv, wenn ich mich ihm zu sehr nähere Eine Goldmünze Was sag ich? Was zur Hölle? Okay Wie ihr wünscht Gut, das hier scheint auch der Haupteingang zu sein Wie gesagt, gehen wir erstmal wieder unten lang So, Berglöwe, wie gesagt, das hier Wie kann ich helfen? So, jetzt schütze ich mich am besten ein bisschen Versucht sich im Schatten zu verstecken Achso, auch noch Gegner, die sich im Schatten verstecken Das war Dorn Ähm Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Wo ihr braucht, nur zu fragen Ja? So, das läuft schon mal ein bisschen besser Ja, ich gebe denen noch einen Feuerball Ich gebe denen auch noch was mit Jetzt lebt hier nichts mehr Oh, ne, identifizieren Schriftrolle Also oft geräumt hier Und wir nehmen erst die beißenden Bolzen Worum geht es diesmal? Okay Nach Norden komme ich wahrscheinlich auch irgendwo da oben raus Aber ja, nach diesen garstigen Orks mal ein Quicksave machen Und am besten mal hier im Schutze der Felsen rasten Okay Wie sieht es eigentlich so mit unseren Hm Erfahrungspunkten aus Geht langsam Nein, auf Schreckenswilfe habe ich keine Lust Das Rasten in der Wildnis Immer ein Spaß Ja, Sabine Wie kann ich helfen? Vita Mortis You're just people I like to see that Especially in children of murder God I am yours to command Vita Mortis Mario Vita Mortis Mario Vita Rekt Vita Mervo Mervo Vita Mervo Vita I am yours to command Gut Vita 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 Gehen wir mal hier lang, im Schutze der Dunkelheit. Hallo, Blindwürmer. Hm.